AHH Moin Moin ich bin euer Flamky, heute biete ich wieder Paroli. Das ist ein Freestyle-Wab gegen Tolgaeron. Ist der Typ etwa ein Fan von Pokemon? Ah... Du denkst du hättest mich gedisst? Aber deine Videos hat einfach niemand vermisst. Du denkst du hättest mich zerstört, aber wirklich hab ich einfach nur verstört. Ich dachte du wolltest aufhören mit den Ansagen nieder! Warum disst du einfach Leute wahrenlos schon wieder? Und jetzt rett mir einfach nichts mehr Richtiges ein. Wenn ich jetzt weiter retten würde, wäre ich jetzt einfach nur gemeint. Deswegen verabschiede ich mich jetzt, nur damit du es weißt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.